Nachdenkseiten. Die kritische Website. Kommunikativer Wildwuchs. Bundesregierung verfügt über 500 Konten in den sozialen Medien und zahlt dafür Millionenbeträge an Werbeagenturen. Ein Artikel von Florian Warweg. Die Bundesregierung und ihre Ministerien unterhalten derzeit 543 Konten in den sozialen Medien. YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Allein das Bundeswirtschaftsministerium und seine nachgeordneten Behörden betreiben Dutzende unterschiedliche Social-Media-Auftritte. Zwischen 2020 und 2022 flossen rund 30 Millionen Euro an einige wenige Werbeagenturen für Kampagnen auf diesen Plattformen. Besonders stechen dabei die Ausgaben des Gesundheitsministeriums für die digitale Corona-Kommunikation sowie das Innenministerium für die Kampagne für alle Fälle vorbereitet hervor. Dies geht aus Antworten der Bundesregierung auf eine aktuelle kleine Anfrage zum Thema hervor, die den Nachdenkseiten vorliegt. Der Bund der Steuerzahler spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die Bundesregierung die Plattformen geradezu flutet und kritisiert die daraus resultierende Intransparenz sowie kommunikativen Wildwuchs. Die kleine Anfrage unter dem Titel Kosten und Nutzen der Auftritte und Konten der Bundesregierung in den sozialen Medien wurde Ende Juni von der AfD-Fraktion eingereicht. Mittlerweile liegt die Antwort der Bundesregierung vor. Die Anfrage baut auf Erkenntnissen aus den Antworten zu einer vorherigen kleinen Anfrage vom Mai 2023 auf. Das ist die Bundesdrucksache 20-6676 und trägt den Titel Zahlungen der Bundesregierung an Medien und Influencer für Werbung, Anzeigen, Kampagnen und Informationsmaßnahmen. Damals wurde bekannt, dass die Bundesregierung allein in den Jahren 2020 bis 2022 über eine halbe Milliarde Euro für Werbe- und Informationsmaßnahmen ausgegeben hatte. Die erste Frage in der aktuellen Anfrage lautet Bitte auflisten nach Ministerium, nachgeordneter Behörde, Sozialmedium wie Twitter, Facebook, Instagram, YouTube etc., Profilname und Verlinkung der Internetadresse auf dem jeweiligen Netzwerk. Zitat Ende Der zweite Satz lässt stutzen. Wieso macht die Bundesregierung in ihrer Antwort die Einschränkung, dass nur die Accounts aufgeführt werden, die mit Behörden eigenen Mitteln betrieben werden? Heißt das, die Ministerien und nachgeordneten Behörden verfügen über noch mehr Konten in den sozialen Medien, die aber über andere Töpfe finanziert werden? Wenden wir uns jetzt erst einmal der Anlage 1 zu. Ein Blick auf die Auflistung der 28 unterschiedlichen Accounts des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz reicht, um zu verstehen, wie der Bund der Steuerzahler zu seiner Einschätzung von kommunikativen Wildwuchs gekommen ist. Im Schrifttext ist diese Anlage 1, die Antwort der Bundesregierung zu PT-Drucksache Nummer 20-7314, verlinkt. Locker in den Schatten gestellt wird diese Auflistung allerdings vom Innenministerium. Dieses kommt inklusive seiner nebengeordneten Behörden wie etwa der Bundeszentrale für politische Bildung auf sage und schreibe 89 Accounts bei Facebook, Twitter und Co. Im Schrifttext ist an dieser Stelle die beeindruckend lange Liste verlinkt. Da werden die Accounts der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden, dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft, dem Statistischen Bundesamt, der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und viele andere bei LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram aufgeführt. Nicht sehr glaubwürdig erscheint vor diesem Hintergrund die Antwort des BMI auf die zweite Frage der Kleinen Anfrage, wie viele Mitarbeiter im Bereich der Pflege und Nutzung der Konten in den sozialen Medien arbeiten. Laut dem Innenministerium sollen lediglich 10 von den insgesamt 2100 Mitarbeitern die 89 Konten auf Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Zing, Mastodon und LinkedIn betreuen. Die Antwort der Bundesregierung zu dieser Frage wird als Anlage 2 bezeichnet. Sie finden sie im Schrifttext verlinkt. Geradezu lächerlich mutet wiederum die Antwort des Bundesnachrichtendienstes an. Die Beantwortung der Frage, wie viele Mitarbeiter beim BND die Social Media konnten, beim BND konkret deren Instagram, Xing und YouTube Account, dessen letztes Video übrigens vor mehr als einem Jahr hochgeladen wurde, betreuen, erklärt der Auslandsnachrichtendienst allen Ernstes zum Staatsgeheimnis Folgendes. Der Bundesnachrichtendienst ist nach sorgfältiger Abwägung der widerstreitenden Interessen zu der Auffassung gelangt, dass eine Beantwortung der Frage aus Gründen des Staatswohls nicht in offener Form erfolgen kann. Die erbetenen Auskünfte sind aus Gründen des Staatswohls geheimhaltungsbedürftig. Und weiter. Aus ihrem Bekanntwerden könnten sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure Rückschlüsse auf die Ressourcen des Bundesnachrichtendienstes ziehen. Ein solches Bekanntwerden beeinträchtigt die Aufgabenerfüllung des Bundesnachrichtendienstes, was wiederum die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet und geeignet ist, ihren Interessen Nachteile zuzufügen. Zitat Ende. Echt jetzt. Die Veröffentlichung der Information, dass BND-Sachbearbeiter X und Sachbearbeiterin Y einmal im Monat den Xing-Account des BND bedienen und auf Instagram Werbung für BND-Socken machen, soll die Aufgabenerfüllung des Bundesnachrichtendienstes sowie die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Übrigens, die Werbung auf Instagram für BND-Socken ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Die Antwort auf Frage 11 der Kleinen Anfrage, wie die Bundesregierung die Kritik des Bundes der Steuerzahler bewertet, welcher bei der Öffentlichkeitsarbeit des Bundes im Social-Media-Bereich Doppelstrukturen, kommunikativen Wildwuchs und vergleichsweise hohe Intransparenz bei den Kosten kritisiert, wird mit der gewagten Behauptung verweigert, die Bundesregierung nimmt nicht Stellung zu Äußerungen Dritter. Abschließend nennt die Bundesregierung auf Nachfrage noch die Summen, welche von 2020 bis 2022 in die Taschen von Werbeagenturen für Social-Media-basierte Kampagnen der Ministerien flossen. Insgesamt gab die Bundesregierung, ihre Ministerien sowie der nachgeordneten Behörden in diesem Zeitraum 29,4 Millionen Euro für die Social-Media-Arbeit von Werbe- und Medienagenturen aus. Diese Agenturen übernahmen die Aufgabe der Erstellung von Beiträgen in Form von Kampagnen oder Anzeigen auf den Kanälen der jeweiligen Bundesministerien und ihrer nachgeordneten Behörden. Besonders augenfällig sind hierbei die Ausgaben des Bundesministeriums des Inneren mit weit über 14 Millionen Euro, gefolgt vom Bundesministerium für Gesundheit mit über 11 Millionen Euro. Ein Großteil der Summe ging beim Gesundheitsministerium für die sogenannte digitale Corona-Kommunikation drauf. Im Jahr 2020 waren das 2.091.806,60 Euro. 2021 stieg dieser Betrag mit 4.074.051,25 Euro fast auf das Doppelte und umfasste auch 2022 noch 2.790.929,92 Euro. In der Auflistung des BMG aus dem Jahr 2021, die an dieser Stelle im Schrifttext verlinkt ist, finden sich Kampagnen wie Beim Bundesinnenministerium war der größte Kostenpunkt die Notfallkampagne für alle Fälle vorbereitet. Mit 4,1 Millionen Euro im Jahr 2021 und 7,1 Millionen Euro im Jahr 2022. Hier war der Hauptauftragnehmer Orca Affairs, ebenfalls eine Berliner Werbeagentur. Sie beschreibt sich selbst mit Wir sind die Agentur für gesellschaftspolitische Kommunikation. Weit abgeschlagen folgen mit je sechsstelligen Beträgen das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit über 961.000 Euro, das Familienministerium mit über 775.000 Euro, sowie das Wirtschaftsministerium mit 365.000 Euro. Wohlgemerkt. Wir sprechen hier nur von den Kosten der Social-Media-basierten Kampagnen. Kosten für TV-Spots, Zeitungsanzeigen etc. sind darin nicht enthalten. Insgesamt gab die Bundesregierung, wie bereits erwähnt, von 2020 bis 2022 weit über eine halbe Milliarde Euro für Werbe- und Informationsmaßnahmen aus. Niemand stellt in Frage, dass die Bundesregierung und ihre Ministerien sich in den sozialen Medien präsentieren. Aber die Bundesregierung bleibt die Antwort auf die Frage schuldig, Wie sinnvoll und zielführend es ist, dass diese Präsenz über 500 Konten umfasst, davon wie aufgezeigt allein fast 100 im Umfeld des Innenministeriums. Man sollte Einschätzungen des Bundes der Steuerzahler nicht per se unkritisch wiedergeben, gerade auch eingedenk seiner bekannten neoliberalen Schlagseite. Aber die geäußerte Kritik hinsichtlich der Flutung der sozialen Medien, eklatanter Doppelstrukturen und fehlender Transparenz hinsichtlich der Finanzierung dieser Accounts wurde durch die Antworten und Nicht-Antworten der Bundesregierung eindrucksvoll bestätigt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.